Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes, es wird langsam etwas dunkler, aber das macht nichts, wir müssen ja sowieso uns um Mitternacht mit unserem Helfer treffen, aber erstmal machen wir noch dieses Fragezeichen hier, vielleicht eine verlassene Städte, ich tippe mal auf verlassene Städte. Alter Garten! Verlassene Städte, ich wusste es, was ist denn hier los, muss es so aussehen, liegt es in einer verlassenen Städte, sind hier Geister, ja, hier sind Geister, ich wusste es. Ach, sehr geil, durch Zufall genau in dem Moment erschien, als ich zugeschlagen habe, aber das war es leider noch nicht, da scheinen einige Geister rum zu geistern, da sind noch welche, ne, das ist ein wilder Hund oder sowas, ja. Hm, da müssen wir wohl nochmal zurück. Geister, huhu, ah da. Ah, ich denke mal, das sind die letzten beiden. Ja, boah, relativ einfach. Das ist immer die drei gleichen Typen sehen, die einfach nur ein bisschen anders aussehen, das hätten sie echt mal anders machen können. Vor allem immer nur drei Männer, okay, es macht Sinn, dass zuerst die Männer ins Dorf kommen und gucken, ob alles passt und nicht Frauen, aber trotzdem, das hätten sie vielleicht ein bisschen variieren können. Aber okay, das Spiel ist ultra groß, es hat so viel Zeit gekostet. Irgendwo mussten sie halt sparen. Gab es hier irgendwo eine MIG-Markierung? Oh, hier muss irgendwo eine sein, die Frage ist nur wo, vielleicht hier irgendwo. Oh, da ist auch ein Händler, sehe ich gerade. Sein Anlitz ist schön, seine Worte fantastisch, doch dieser Teufel ist verdorben und garstig. Die Wünsche wird er dir gerne erfüllen, Gold und Silber ist dir ganz zu willen. Doch wenn er kommt, dann musst du die Schuld zahlen, dann ist es Schluss mit Lächeln und Prahlen. Liegst jetzt in Ketten, dein Reichtum in Scherben, in Ewigkeit leiden, bis die Sterne sterben. Krass, ich habe die noch nie singen gehört, also, ich verallt, gibt es Neues? Ich habe die noch nie singen gehört und das Geile war auch, die haben einen anderen Text gesungen, als der, der da stand. Er war zwar ähnlich, der Text, aber es war nicht das Gleiche. Die leben hier wohl alle zusammen in einem großen Haus oder was? Das ist auch niemand Neues, was ist denn hier los? So, bitte hab Vitriol, ich brauche, oh, der hat auch keins, scheiße. Ach, der hat auch kein Vitriol, Mann. Na gut, kann man nichts machen. Leben wohl. So, wo ist denn jetzt hier die Markierung von dem, von der Gegend? Hier muss doch irgendwo, muss doch irgendwo ein Wegkreuz geben. Es ist doch mit Sicherheit ein Ort, wo was steht, oder? Ich meine, klar, hier Bogendorf, aber bin ich eigentlich trotzdem sicher. Hier unten ist Yantra. Gehen wir mal da rüber zu dem anderen, zu dem anderen Weg, weil die stehen ja immer an Wegen dran. Ach, hier ein kleiner Tümpel. Vielleicht ist das Wegkreuz hier. Nein, ist es auch nicht. Dann holen wir jetzt Plötze. Dann kann es ja eigentlich nur noch in der Richtung sein, wo es jetzt nach Yantra geht. Wenn es da auch nicht ist, dann hat es hier wahrscheinlich kein Ereignis und gehört zu Bogendorf. Aber ich hätte gedacht, hier steht ja auch da, alter Garten. Das ist ja dann eigentlich auch irgendwo ein Wegkreuz, wo das beschrieben wird. Ne, krass. Also, ich kann es nicht übersehen haben, meiner Meinung nach. Hm. Egal, wir gehen nach Yantra. Ich mache mal eine Markierung, sonst... ...sehe ich das. Hm. ...hätten jetzt auch einfach das Quest auswählen können, aber das wollen wir jetzt jetzt dauern zu lange. So geht es schneller. Oh, hier geht es runter. Oh, was war da? Ein kleines Lager? Ha! Das ist halt das Geile. Es gibt halt auch einfach mal Stellen... ...interessante. Ich den klaue natürlich nicht. Ich will mal gucken, ob hier Vitriol durch Zufall ist. Äh. Es gibt halt auch einfach Stellen, die sind halt nicht markiert auf der Karte und trotzdem interessant. Es ist einfach nur eine totale Kleinigkeit, aber sowas gefällt mir. Weil, wie... ...Vitriol 3 ist einfach ein Spiel, was... ...was... ...ja... ...Kundschafter quasi belohnt. Einfach neugierige Menschen belohnt. Es ist... Es könnte noch ein Tick besser sein, muss ich zugeben. Es gab einfach ein paar Ordner, wo ich gedacht habe, da muss doch eigentlich was sein. Da war gar nichts. Waren die denn hier ein Schlamm oder was? Sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Sieht super merkwürdig. Einfach nur ein totaler Dreckhaufen und ein, zwei... ...Blumen drauf. Spitzwegericht. Bauen die an oder was? Das scheint nicht sehr ertragreich zu sein. Egal. Das kann man laufen. Ja, es gab wie gesagt ein, zwei Orte. Der hätte ich gedacht, da ist was. Aber es muss ja auch mal so sein, dass mal nichts zu finden ist. Darme auch nicht vergessen. Was mal denn der? Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Aber insgesamt bin ich da schon zufrieden. Da gibt es auf jeden Fall viele andere Spiele, die die Neugierigen gar nicht belohnen, was ich irgendwie nicht so mag. Okay. Okay, ich schnappe das jetzt einfach mal ab. Ich gehe stark davon aus, dass wir das eh alles schon kennen. Ja, es gab auch nichts Neues. Aber irgendwo hier... Och, wo ist er denn jetzt? Fuck, jetzt muss ich wohl doch das Quest auswählen, weil ich nicht weiß, wo er ist. Ach ja, ich muss mich ja auch mitternachts mit dem treffen. Ja, ich wähle das Quest mal aus, damit ich es genauer sehe. Hä? Es war doch hier. Ach hier, ich wollte gerade sagen. Warum habe ich es nochmal markiert? Ich bin auch blöd, na egal. Was hängt denn hier? Freiwillige für die Durfwache gesucht. In den Hügeln von Buckhold hat sich irgendeine Teufelsbrut eingenistet. Die Bestie tötet Menschen und Vieh auf den Weiden. Wir müssen also die Reihen unserer Durfwache stärken, auf das nicht all unsere Rinder, Schafe, Großmütter und Säuglinge dahingerafft werden. Die Säuglinge laufen wohl ein bisschen draußen rum oder was? Was ist denn da los? Gesunde Männer mit vollzähligen Gliedmaßen und ein wenig Verstand mögen sich im Hauptquartier der Wache einfinden. Diese Woche im Gasthaus in Yantra. Kommende Woche ziehen wir in ein ähnliches öffentliches Gebäude um. Waldo Schmidt, Durfwachenkommandant. Das könnte doch wie ein Quest für mich, oder? Ich kann doch diese böse Brut, die kann ich doch platt machen. Wir warten jetzt hier aber nicht, bis es 0 Uhr ist, sondern wir meditieren in der Zeit. Macht Gerald das sowieso immer, wenn er wartet. Ich wusste, dass du kommen würdest. Bist du Wahrsager? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Ich hab deine Flucht ermöglicht. Dir geholfen, Yennefer zu finden. Du hast das Gefühl, in meiner Schuld zu stehen. Dein Andenken ist eine höchst wirksame Erinnerung. Das ist sein Zweck. Es ist doch wirklich seltsam, dass noch die verkommensten Schurken sich bemüßigt fühlen, Schulden dieser Art zu tilgen. Menschen, Elfen, Zwerge, alle Völker. Das musst du mir erklären. Eines Tages. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Sag mir, wie du mit den Ophiri fertig geworden bist. Ich muss sagen, es regnet was schon wieder. Normalerweise nervt mich das. Aber ohne Scheiß, das passt gerade einfach so geil rein. So vom Feeling her, finde ich. Von daher finde ich es nicht schlimm, dass es diesmal regnet. Im Gegenteil. Ich finde, das macht gerade was her. Nicht du hast mir geholfen, sondern der Sturm. Ich hatte mit konventioneller Hilfe gerechnet. Du hast den Sturm beschworen. Bist du Markian? Dann mach dir mal zweitens. Danke für die Hilfe. Aber traditionelle Methoden hätten es auch getan. Du hättest mir zum Beispiel den Zellenschlüssel geben können. Ach was, viel zu simpel. Ich mag einfache Lösungen nicht. Du schon? Wir sind nicht hier, um über meine Vorlieben zu reden. Stimmt. Ich würde viel lieber von einer Person reden, die für uns beide von Interesse ist. Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Einem Mann, der seine Schulden nicht zahlt. Und das soll mich interessieren? Wieso? Er hat auch dich betrogen. Sein Name ist Olgird von Evarek. Hearts of Stone. Wie ist Olgird auf deine Rote Liste gelandet? Aber er weiste, dass er mich betrogen hat. Ich habe nichts gegen Olgird. Was hat er dir getan? Bevor ich dir das enthülle, will ich eins klarstellen. Olgird von Evarek hat intrigiert, um dich dazu zu bringen, einen Mann zu töten, den man hätte heilen können. Das hätte dich den Kopf gekostet, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er ein degeneriertes Monster in Menschengestalt ist, das sich von Schmerz und Leid anderer nährt. Es ist klar, dass du ihn nicht magst. Was hat er dir getan? Wir hatten einen Pakt. Einen Pakt, unter dem ich meine Talente und Verbindungen spielen ließ, um ihm zu verschaffen, was er begehrte. Und nun, da Zahltag ist, drückt er sich vor seiner Verpflichtung. Ich soll deine Schulden eintreiben? Ich bin kein dingbarer Schläger. Einen Schläger brauche ich auch nicht. Ich brauche eine intelligente, gerissene und risikobereite Person. Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Was sonst? Schließlich bin ich ein reisender Kaufmann. Aber täusch dich nicht. Ich habe viele interessante Dinge anzubieten. Dinge wie Überfluss und Fülle für Körper und Seele. Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper, so flink wie nie zuvor. Dein Geist, schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger Auserwählter. Das klingt großzügig. Und das alles für meine Hilfe bei einer kleinen Sache. Du willst wirklich nichts anderes von mir? Nur eine Sache. Ehrlich. Was hast du für Olgird getan? Was hast du für Olgird getan? Ihn aus einer Zelle befreit? In gewisser Hinsicht schon. Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Nieselregen, dabei eine gemeine Kriechkälte. Olgird erschien bei Tagesanbruch. Spindeldürr, Kleider in Fetzen. Er hatte offenbar nichts als sein Schwert. Er bot einen jämmerlichen Anblick. Er bat mich um Hilfe. Und ich half ihm. Bald war er wohlhabend, erfolgreich und angesehen. Was er heute ist, hat er mir zu verdanken. Doch dann mied er mich. Schickte mich fort, als ich es wagte, nach der Bezahlung zu fragen. Einmal hetzte er sogar die Hunde auf mich. Daher bleibt mir nichts, als die Bedingungen des Pakts durchzusetzen. Und da kommst du ins Spiel. Er ist wahrscheinlich so eine Art Teufel. Und der Pakt mit ihm war dann wahrscheinlich die Seele oder irgendwas anderes merkwürdiges. Und er hatte keinen Bock, das zu bezahlen. Was hast du für Olgird? In gewisser Hinsicht. Olgird erschien. Er bat, doch da... Hm. Was schuldet er dir? Über Geld spricht man nicht. Ich will die Details wissen, wenn ich mir die Hände schmutzig machen soll. Wie viel? Eine Million Kronen? Zwei? Ich bin kein Wucherer, der Geld gegen Zinsen verleiht. Nein. Was Olgird mir schuldet, ist viel persönlicher als Klingelkram. Daher kann ich leider nicht mehr sagen. Ich muss seine Privatsphäre achten. Ich würde zwar gerne wissen, was bei dem Punkt 4, ich will da nicht reingezogen, erzählt wird. Aber es wird eh nichts ändern. Wir machen das trotzdem. Und er würde uns wahrscheinlich sagen, du musst es aber, Pakt, bla bla bla. Und wie gesagt, ich spiele an den Charakter. Und das ist nicht der Charakter, zu sagen, ich will da nicht reingezogen werden. Deswegen drücke ich es nicht. Und du? Du bist doch ein Mann der vielen Talente. Kannst du das nicht selber lösen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Everec drei Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen, hm, wie soll ich sagen, einen Stellvertreter. Mhm. Du brauchst einen Laufburschen. Ich brauche einen Verbündeten. Und irgendwas sagt mir, dass du die beste Wahl bist. Was erwartest du von mir? Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everec. Dann improvisieren wir. Ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Gut, kommen wir zu den Details. Hatte Olgierd nicht drei Wünsche oder Forderungen frei? In der Tat. Er darf dreierlei von uns verlangen. Doch wissen wir erst, was das sein wird, wenn wir ihn treffen. Hm. Na gut, von mir aus, ich helfe dir. Nein, da mache ich nicht mit. Na, klar, helfen wir ihm. Gut. Ich gehe mit dir zu Olgierd. Aber ich verspreche nichts. Mehr will ich gar nicht. Jetzt nimm das verdammte Mahl weg. Natürlich. Sobald du deine Aufgabe erfüllt hast. Geh schon. Du wirst es nicht bereuen. Wir treffen uns dort. Ich muss mich unterwegs noch um etwas kümmern. Noch eine Schuld einzutreiben. Vielleicht? Hm. Interessanter Charakter. Sehr, sehr interessanter Charakter. Ich kann mich leider nicht mehr wirklich daran erinnern, wie der uns geholfen hat, die Hände einfach zu finden. Das muss ich leider zugeben. Das ist zu lange her. Schade, schade. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay. Haben wir eigentlich noch irgendwas offen, abgesehen von dem Jade zurückbringen? Bring den Jadebrocken zurück. Suche nach Spuren von Volkert. Wo war das? Ah, das war da drüben. Okay. Ich will erst mal den Jadebrocken zurückbringen, weil da interessiert mich halt wirklich, wie es da weitergeht. Irgendwann wird er uns ja auch geiles Zeug geben. Deswegen bringen wir den erst mal zurück. Wo müssen wir da hin? Okay, wir werden uns also einfach mal dahin teleportieren. Schnell reisen, schnell reisen. Ich kann es mir einfach nicht merken. Nicht teleportieren, sondern schnell reisen. Es vergeht ja auch Zeit. Wir sind ja nicht direkt da. Sondern wir sehen einfach nicht, wie Geralt da hinreist. Aber er reist da hin. Wahrscheinlich aus dem Pferd Plätze. Im Inventarfenster kannst du ansehen, wie Geralt in einer neuen Rüstung aussieht. Auch wenn es ja eine aktuelle Stufe nicht ausreicht, um die Rüstung zu tragen. Was? Das wusste ich gar nicht. Aber es ist auch egal. Wie gesagt, es ist okay. Das Artwork, das Design. Aber ich fand es in Witcher 2 auf jeden Fall besser. Dann gehen wir mal speichern. Achso, er ist jetzt gar nicht hier drin. Ja, ich hätte mal oben aufs Ding ins Gucken sollen. Hätte ich gesehen, dass es aber anders ist. Nicht dummi. Wie... Ah! Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft es mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt. Zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuholen. So, der Runenschmidt kann eine Gegend, der mit Runenwürtern und Glüfenwürtern verzaubern und ihnen zu neue mächtige Eigenschaften verleihen. Zehntausend. Ich habe Geld für bessere Werkzeuge. Zeig mal, was du anzubieten hast. Bitte werde mir ein Ausrüstungsgegenstand auf. Gefällt es dir in den nördlichen Königreichen? Hallo. Ach so. Die nördlichen Königreiche. Gefällt es dir hier? Oh ja. Noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nordlinge allerdings sind eigenartig. Wortkalk. Verschlossen. Hm. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen. Aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. So, wir gucken, was er uns anbieten hat. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Gut, das ist das Schema. Igni nehmen wir auf jeden Fall mit, weil da haben wir nämlich quasi nichts mehr. Was hat er denn hier? Das ist neue. Kleine Glühwe des Schutzes. Verbesserung. Wird es in einer freien Fassung eines Augen... Hm? Um dessen Eingriffen zu verbessern. Elementarresistenz. 33% verringert die Abnutzungsgeschwindigkeit eines Gegenstands. Einvitalitätsregeneration. Das ist ja interessant. Und 2% Blutenresistenz. Ich glaube, der Rest ist bekannt. Oh. Er kauft auch alles, wie es aussieht. Das ist schon mal geil. Er hat 3520. Können wir ihm auf jeden Fall ein paar Sachen verkaufen. So. Caroline ist ziemlich teuer. Winterklinge will ich nicht verkaufen. Loa 10 ist auch super teuer. Boah, das sind alles nur noch total teure Sachen. 619, 815. Ach komm, scheiß drauf. Irgendwann müssen wir die ja verkaufen. Und wenn der gerade so viel Kohle hat, verkaufen wir es halt hier. Er bekommt ja auch gleich 10.000 wieder von mir. Von daher. Oh, 750 Kilo nur noch. Sehr gut. Ach, Moment. Handwerk. Reparieren. Handwerk. Durchdrungener Staub. Ich habe erst gedacht, es wäre Vitriol, aber es sieht einfach nur ähnlich. Okay. Reparieren, Verbesserungen entfernen, zerlegen, Verzauberung. Runenwörter und Klüfenwörter. Du kannst Gegende mit Runen oder Klüfenwörter verzaubern. Diese Wörter können nicht zugleich mit einzelnen Runen oder Klüfen verwendet werden. Wenn du einen Gegenden verzauberst, werden aktuell eingesetzte Runen oder Klüfen zerstört. Hier werden Gegenden angezeigt, die mit Runen oder Klüfenwörtern verbessert werden können, sich also verzaubern lassen. Es können nur Gegenden mit drei Aufwärmungsplätzen verzaubert werden. Das ist eine Liste aller Runen und Klüfenwörter, die in Sockeln von Gegenden eingegangen haben. Runenwörter werden immer besser von Waffen. Blablabla. Hier erscheinen Beschreibungen der ausgewählten Verzauberung sowie deren Kosten. Verzauberungsstufen. Verzauberung haben verschiedene Stufen, zum Verzaubern endet musst du einen Runen-Schmied aussuchen. Erhaltung. Boni von Rüstungsschmiede, Tischen und Schleifsteinen sind dauerhaft. Krass. Knödel. Verzerrte Lebensmittel regenerieren die Vidalität um 100% stärker, schmecken aber ausnahmslos nach Piroggen. Sehr geil. Ach, dafür brauchen wir den Piroggen-Runstein und den Handkäse-Runstein. Besänftigung. Haben Adrenalin-Punkte ihren Höchstwert erreicht, nehmen sie stetig ab. Bis zum Wert Null. Bis dahin ist die Regeneration von Mitte erhöht und die eigene Vergiftung nimmt schneller ab. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich das lieber habe als die Buffs, die mir die einzelnen Sachen geben, wenn ich ehrlich bin. Haltung ist ganz geil, aber wie oft kommt man bitte an Rüstungs- oder Schmiedetischen oder Schleifsteinen vorbei? Das ist so selten. Na ja, geben wir ihm erstmal die Kohle und schauen, was er da anzubieten hat. Auch das machen wir in der nächsten Folge. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach... Oh, süßes Schwein! Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.